Herzlich Willkommen zu dieser Benefits Online-Veranstaltung. Wugi Wugi ist das Thema und das steht heute auf ganz vielen Beinen. Auf sprichwörtlichen vier Beinen steht der Flügel von Piano List. Der hat den uns wirklich kostenfrei zur Verfügung gestellt. Dafür schön herzlichen Dank. Ein dickes Dankeschön geht auch an den Sponsor, nämlich den Carsten Zielke. Denn Kultur zu fördern ist in diesen Zeiten wirklich eine ganz schwierige Kiste. Man hat kaum Möglichkeiten, was zu machen und er sorgt jetzt heute dafür, dass wir Wugi Wugi vom Feinsten hören können. Und Sie, wertes Publikum, Sie können auch was für sozialen Zweck tun. Denn neben mir steht gleich jedes Kater, das ist die Vorsitzende des Vereins Charles Horizon. Der tut eine ganze Menge für Kinder. Und wenn Sie in die eingeblendete Adresse etwas Geld sponsern möchten, dann tun Sie das. Sie tun es für einen wirklich guten Zweck. Ja, tanzen für einen sozialen Zweck, meine Damen und Herren, das tun heute die Bubble Boogies aus Nettetal-Leut. Schön, dass ihr heute da seid. Und bevor es jetzt mit Jörg Hegemann losgeht, möchte ich gerne Ihres Kater das Wort geben. Denn sie steht für den Verein da. Was der leistet, kann sie viel besser erzählen als ich. Vielen, vielen Dank, lieber Volker. Ja, zuallererst, bevor ich etwas zum Verein sage, ist natürlich der Dank an die Organisation, an die Initiatoren, an unseren Musiker, an unseren Sponsor, an eine ganz, ganz tolle Sache, dass solche Veranstaltungen während der Corona-Pandemie möglich gemacht werden. Und ich glaube, hier wird ein Meilenstein geschaffen für viele weitere Veranstaltungen, auf die ich mich ganz furchtbar freuen werde. Ganz kurz zum Verein, 2004 gegründet, sind es momentan knapp 30 Aktive, die sich in der Lese- und Bildungsförderung engagieren, die alleinerziehende Mütter unterstützen, sich um die Eltern von Sternenkindern kümmern oder in der Integrationsarbeit tätig sind. Und ja, wir haben natürlich viel zu tun, trotz der Pandemie. Und ich freue mich über jede Spende, ich bedanke auch für jede Spende, sie fließt hundertprozentig direkt in die Projekte ein. Keine bürokratischen Aufwände und ich glaube, das ist eine gute Sache, direkt Kinder hier in Viersen in unserer Regierung zu unterstützen. Vielen Dank. Eine gute Sache, dafür kann man doch ein bisschen was überweisen, auch da an Sie, wertes Publikum. Vielen Dank dafür. Ja, jetzt der Hauptstart des heutigen Nachmittags. Jörg Hegelmann an den 88-Tasten. Viel Vergnügen mit Boogie Boogie vom Feinsten. Dankeschön. Jörg Hegelmann an den 88-Tasten. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, dann ist es auch höchste Zeit, mich beim Volkbahn S zu bedanken. Den Volkbahn kennt bestimmt hier jeder, der Anwesende. Aber für die vielen, die das jetzt am PC oder wo auch immer schauen, wird im Stream der Volkbahn. Hesse ist ja eine Art Integrationsfigur für die Buggie-Tanz-Szene hier. So würde ich es mal mit meinen Worten beschreiben. Er betreibt das Forum-Museum in Dormagen, wo ganz viele Grammophone und entsprechendes Equipment aussteht oder ausgestellt wird. Und da ist der Name auf dem Programm. Er tritt als Disc-Jockey auf und spielt mit dem alten Grammophon entsprechend alte Platten. Und viele, viele Tanzfreunde tanzen dann dazu. Und das heißt, er hat Kontakt zu eigentlich allen Tanzformationen in der Gegend. Aber seine eigentliche Heimat, das sind die Bubble-Boogies. Und der Name wurde gerade genannt. Das ist diese Tanzformation, die Bubble-Boogies. Und da habe ich mir auch einen entsprechenden Titel ausgedacht. Der heißt Dancing Bubble-Boogies. Dancing Bubble-Boogies. Dancing Bubble-Boogies. Das reicht. 거를 wegfiernет. Das reicht uns. Oder rein? Er ist gelök Inc. Kleine Welt. Du kannst. Grü Ideally sage ich den Weg und sprach der Weg. Was darüber macht es einfach nur noch ein paar��iger Stнения. Variant das liste. Drei das". Die haben wir fertig. Fantasiviert Events. Untertitelung. BR 2018 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 Musik 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 zu kriegen, aber es ist jetzt so gut wie. Nächste Woche ist der Auslieferungstermin und dann kann es losgehen. Foottappin Boogie heißt die Scheibe und das nächste Stück ist das titelnde Stück der CD, Foottappin Boogie. Untertitelung. BR 2018 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 So, jetzt kommt erst mal was Langsames. Untertitelung. BR 2018 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 Und ja, das nächste ist wieder ein eigenes Stück, das heißt Lachs & L in Mind. Und Lachs, das ist ja der Spitzname von Mie, Lachs Lois, der andere große Chicago-Bookie-Meister. Und R für ihre M's, eben meine beiden großen Vorbilder. Und ja, wo ich stilistisch einige ihrer Merkmale zusammenführe, Lachs & L in Mind. Lachs & L. Lachs & Lachs Lachs & Lachs & Lachs Lachs & Lachs & Lachs Lachs & Lachs Lachs & Lachs & Lachs Lachs & Lachs & Lachs & Lachs Lachs & Lachs & Lachs Lachs & Lachs & Lachs & Lachs Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss.